Wir nehmen euch mit auf eine Reise für unser Projekt Holland, kurz über die Grenze in der Nähe von Ruhrmond in das Dörfchen Meer. Hier ist noch nicht so viel, aber wir wollen das verändern, deswegen bauen wir jetzt hier eine Fabrik hin mit 7500 Quadratmetern. Also hier ist noch ein paar Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Idee einer neuen Firma auf einem neuen Standort mit einer neuen Halle und so weiter, haben wir schon länger im Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020